Das habe ich immer noch keine Lampe. So, und weiterhin haben wir ein ganz komisches Phänomen. Wir haben auch noch alte Fotos gefunden. Ich mache mal die Lampe aus, damit Sie es ein bisschen besser sehen. Hier lösen sich die Falze von den Tapeten. Weiter nicht, das Ande klebt so gut. Aber das löst sich. Hier ist das Ande, da wird immer noch weiter dran gearbeitet, damit es auch gut aussieht. So, und das hat sich hier alles gelöst. Wie gesagt, wir haben noch ein Analogfoto, also vom Negativ-Hartberuf geladen. Das habe ich gerade gesehen. Wir haben hier jetzt Probleme gehabt. Wir hatten hier einen Computerangriff. Und haben uns einiges auf der Festplatte gelöscht. Aber wir haben uns zum Glück das schon umgesichert. Sehen Sie, das hat sich gelöst hier mit der Zeit. Und das war uns immer ein Lächeln. Ich habe da nie auch angefangen zu kleben, aber es ging nicht weiter. Ich habe schon gedacht, die ganzen Tapeten kommen runter.